Leute, wir schauen uns heute, ihr Fresh Ducks Duo, vor vier Stunden rausgeschallert. Trimax macht Praktikum, YouTuber bei Candy, Ungl wird beklaut. Das klingt schon sehr wild. Das könnte, glaube ich, ziemlich nice werden. Wir gehen rein. Oh, Leute, vertraut mir doch einfach. Fünf letztere Bio Eggs. Ich glaube, Apparat hat endlich Gardinen mit Flecken. Dazu noch ein bisschen Bröterle. Tiefkühl Gemüse und Fischi auf Süß. Ich dachte, der ist der übelste Styler mit Millionen auf dem Konto. Wo kommen die Flecken her? Ich habe Hunger. Warum habe ich eigentlich nur so einen unheimlichen Hunger? Yo, guten Tag. Ich hätte gerne zwei McRib. Fleischhauke ist es immer noch zu wild, Alter. Eine große Pommes, eine große Cola und sechs Hamburger zum Mitnehmen. Ja, wir haben nur noch ein 2,5 Kilogramm Steak. Würden Sie das auch nehmen? Alles klar, das klingt gar nicht so schlecht. Als ob er sich 2,5 Kilo Fleisch reinschaut mit Ehrenmann. Food is life for life dying every day, every night. Du bist echt ein verfressener Sauhund. Oh, Praktikumsplatz. Wir suchen dich. Trash. Trash auf Gletsch. Der nächste Praktikumslot wäre morgens 20.30 Uhr. What the fuck? Wie geil. Das mache ich. Unterhase. Unterhase, hallo. Wenn man ganz ehrlich ist, ich habe den Praxisteil nie gemacht und den Theorie-Teil auch nicht. Guten Tag, die Kollegen. Was machen Sie gerade? Oh, was ist jetzt? Ein Täter auf der Flucht. Ein Täter auf der Flucht. Was wäre der nächste Schritt in meiner Ausbildung? Das kann man nicht erzählen, gell? Was? Ich bin einfach rein zur Familie, ins Wohnzimmer, hört zu. Man hat ihn ausgepackt. Guten Tag. Was wird hier besprochen? Wir beide haben mal... In einem Supermarkt zusammengeklaut. Mensch, Mutter. Das ist ja alles. Die wahre Geschichte. Die kennst du ja. Sollen wir die Wahrheit sagen? Du hast mal einen Polizisten ins Gesicht gespuckt. Treten Sie bitte hinten an die Wand und heben Sie... Natürlich. Die hat das Faustding hinter den Ohren. Das kann man mal so machen. Warte kurz. Mir fällt jetzt gerade auf. Was fällt dir auf? Ihre Hände hoch. Das war Astra in der Polizeiarbeit. Ich hole mir jetzt meine Beförderung ab. Einen Moment. Der muss kurz mal reingesneakt werden. Kevin, hör auf. Habe ich irgendwas getan? Bin ich irgendwie geiler Typ oder so? Hast du etwa Alkohol konsumiert? Mach ich nicht mehr. Keine Sorge. Auf Madeira gibt es guten Rum. Den musst du mal probieren. Also hier Madeira Rum. Also ich sag mal so. Alkohol gibt es hier auch genug. Ach du Kacke, Alter. Geh mir jetzt nicht auf den Eumel. Ich bin ein ganz normaler, cleaner deutscher Burger. Cleaner deutscher Burger. Das Placementgeld, das war nicht für mich gedacht. Ich wollte mich nicht damit bereichern. Und zwar hat mich ein Freund kontaktiert. Er hat auf jeden Fall gehabt eine schwierige Phase. Dafür sind da Freunde da. Wie sieht der Kollege aus? Das ist ein sauberer deutscher Mann, sag ich mal, wie ich. Warum muss man so betonen, dass es alle deutsch sind? Was ist das für ein komischer Vibe die ganze Zeit? Der ist auch Beamter. Das ist ein gerader Mann. Ganz clean, ganz easy. Das ist ein richtig cooler Typ. Das sind so legendär, diese Sätze. Die sind jetzt schon so legendär und noch gar nicht so alt. Ach, herrlich. Ihr denkt, jetzt könnt ihr mich finishen. Ihr werdet gefinished. Jetzt werde ich gefinished auch noch. Ich will nicht gefinished werden. Es ist so ein kleines Pferd. Ich will es haben. Es ist so klein. Ich finde das cool. Ich muss dieses Pferd irgendwie mitnehmen. Das finde ich ganz schön cool. Das kenne ich gar nicht. Der ist bestimmt richtig viral auf TikTok gegangen. Da gab es bestimmt irgendeinen Tanz dazu. Was sagst du? Wie hat dir das Lied gefallen? Hast du es schon gesehen? Nee, ich habe doch nicht gewusst, wo das läuft. Spotify. Ja, jetzt weiß ich es. Muss ich mal gucken. Muss ich mal runterladen. Ich muss es halt mal runterladen. Ich lade dir das runter. Junge, das ist so stark. Ja. Lyrisch wirklich. Also 10 von 10. Top. Also was Papa Platte da immer abliefert. Wahnsinn. Wenn ihr so viel Musik hört, könnt ihr einfach mal meine Playlist checken. Oh mein Gott. Hallihallo. So ihr Lieben, jetzt weiß ich noch mal was einkaufen. Weißkraut und Schinkenwürfel oder Speckwürfel. Meine Mutter macht Insta-Stories. Das ist echt. Na ja, also in meinem Alter. Mach das erst mal. Das muss ich mir alles merken können. Alter, ich glaube, der hat gerade was geklaut. Mein Rucksack hat die mir geklaut. Oh mein Gott, die klauen. Die haben mir den Rucksack geklaut? Von hier an übernehme ich. Na komm, Kollege Schnürschuh, Alter. Jetzt push. Diese Drecksschweine. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber die können halt einfach meinen Rucksack klauen. Alter, das ist ja ein richtiger Hindernisparcours, Mann. Ich bin neu. Bau das mal ein bisschen chilliger, dass ich hier auch hochkomme. Alter, ich fühle es gerade. Scheiße. Ich habe einen Puls von 215. Das ist sau viel. Da ist er. Er sieht mich nicht. Ich bleibe hier schön defensiv. Zugriff. Leute, ist Zugriff? Es ist Zeit für den Zugriff. Der hat keine Deckung. Geht los. Das war ja mal gar nichts. Wie ist ihr Name? Ich möchte gerne ihren Ausweis sehen. Prinz Puma. Der echte. Der echte. Clean Deutsch. Aber lange gültig. Oh ja. Da hat er noch ein bisschen zu tun. Oh, geil, Alter. Bro. Das ist doch ein Fake-Name. Prinz Puma. Diese ganzen YouTuber-Ehe. Ihr seid doch nicht mehr am Stande, überhaupt ein Business aufzubauen. 100% Real Talk, Herr Baby. Ich würde einmal in die Tasche gucken. Ein Pferd. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, das witzig ist. Hätte ich gar keinen Bock, dass das mein Pferd ist. Immer die Fassade aufrechterhalten. Grinsen. Freundlich bleiben. Und dann zack. 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 Und dann kommt der Fidget-Spinner. Zack. Ich säge dich. Ich säge dich kaputt. Zack. Beschweren kann man sich da jetzt nicht. Was bist du denn für ein Dummer? Sie kommen mit. Scheiße. Wo ist der Kollege? Was? 50% von euch haben noch nicht abonniert. Was? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, Jungs. Und aktiviert die Glocke. Ist das Puma jetzt durchgekommen? Anscheinend. Also ich hoffe, das wird noch... Achso, okay. Oh, warte mal. Hier am Ende, da kommt wieder noch was. Danke, danke. Aber das darfst du keinem sagen. System gedribbelt. Ja. Eieiei. War ziemlich nice. Schaut gerne bei Fresh Dax. Das sag ich jetzt erst was. Das ist für eine geile Animation. Ja, die haben hier umgebaut. Guck mal, das sieht alles ein bisschen anders aus hier.